Die Klasse 6a aus Köthen fährt zwei Tage nach Thale mit dem Ziereinsingenspiel zu proben. Schon während des Einstiegs in den Bus dreihilten sich die Jungs an den Mädchen vorbei, um als Erster die hinteren Plätze zu erreichen. Tina und Uschi lesen gemeinsam im Bus die Bravo und lästern über Annelies Klamotten, die man mit den Jungs abhängt. In der Jugendherberge angekommen, wollen die Jungs die besten beten, während die Mädels auf die Bäder achten. Am nächsten Tag werden die verschiedenen Tänze geprobt. Die Mädchen haben sich im Ballettraum zurückgezogen. Schon von Weitem sind die Jungen zu hören. Sie proben Jam-Style auf der Terrasse. Am Nachmittag haben alle Schüler Freizeit. Sie entdecken und erkunden die Stadt. Mit Freude entdecken die Mädchen einen Klamottenladen. Und die Jungs gehen in einen Computerladen. Der Höhepunkt des Trainingslagers ist der gemeinsame Besuch im Klettergarten, bei dem es auf Teamgeist und gegenseitiges Vertrauen ankommt. Das war für alle ein großer Erfolg. Wir sind einmana, wie für alle Là Bücher sind. Als sie auf der Jetstieg. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Wenn wir es im Klang ist. Untertitelung des NDR 2021